UNGLÜCKLIG 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 hast du uns gemacht. Aber von heute ab sind wir geschiedene Leute. Helga, Helga, aufstehen. Ich will mich nicht in deine Ehe einmischen, aber wenn Frieda meine Frau wäre, zum dummen August ließe ich mich nicht machen. Wir haben uns doch unser ganzes Leben lang gut verstanden. Und nun? Kollegen, wer dafür ist, dass ich noch eine Runde gebe, dem bitte ich um das Handzeichen. Was finden Sie? Du musst sofort nach Hause kommen. Deine Mutter liegt im Krankenhaus. Ach, Herr Doktor, bringen Sie es ihm schonend bei. Mein Mann hat schwache Nerven. Ob das es Frieda lange aushält im Krankenhaus. Das sind deine Grenzpfähle vom Nonnenkreuz. Ich habe sie rausgerissen. Jetzt hast du es nur noch mit mir zu tun. Sieht doch alles ganz anders aus, wenn man mal ein paar Wochen nicht da war. Das ist wohl auch, weil wir beide uns verändert haben, August. Ja, ja, Frieda. Das ist ja mighty. Tschüss. Untertitelung. BR 2018